Schön, dass ihr wieder da seid. Zwischenzeitlich kennt ihr uns ja schon ein bisschen. Hier ist die Claudia von Profibra und heute habe ich eine spezielle Nachricht für euch alle. Und zwar schaut doch mal in eurem Schrank nach. Was habt ihr denn alles an tollen BHs drinnen? Habt ihr was für den Alltag? Habt ihr was für den Abend? Habt ihr was für den Sport? Habt ihr was für die speziellen Stunden? All dieses Sammelsurium müsst ihr mal durchschauen. Passt es wirklich zu eurem Leben? Oder sind da, so wie ich es jetzt am Wochenende erlebt habe, beinahe Bekannten? 60 BHs, die super ausschauen. Aber die Frau müsste wirklich tagtäglich auf einen Galaabend gehen, um ihre BHs ausführen zu können. Für den Tag im Büro oder beim Sport war nichts dabei. Also meine Aufforderung an euch. Schaut nach und kommt vorbei und lasst euch beraten. Ihr braucht für die verschiedenen Situationen in eurem Leben, braucht ihr jeweils den richtigen, perfekt sitzenden BH. Wir freuen uns auf euch. Kommt rein zu Profibra nach Kronbach.